Jo molle, ich komme zu einem neuen Video vom Kanal, heute mit dabei ist Tim Moin Hallo da Und wir haben uns heute überlegt, dass wir so ein bisschen Teamstick-Trolling machen Und zwar hat jeder von uns fünf Wörter bekommen, die er gleich in einem Support-Gespräch benutzen muss Blend die Wörter hier mal kurz alle ein Ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit Tim und das gleiche machen wir gleich auch noch bei mir Aber ja, jetzt erstmal viel Spaß und bis später Wie auf Matt Wie auf Matt Gernbeer, kannst du doch in der Lobby-Schere-Stein-Papier spielen Wir öffnen jetzt den Chat und dann gehen wir entweder Schere-Stein-Papier in den Chat ein Stimmt, ist noch einfacher, nicht idiot Okay Bist du fertig mit Tippen? Ja Okay 3, 2, 1 Schade Digga was So, jetzt kann's losgehen Joel ist betrunken, hast du gut Guten Tag, Leute, wie kann ich den Whiteface? Hallo, ich würde fragen, wie lange der Dings eigentlich jetzt noch dauert, diese Wartungsarbeiten Du, ich weiß nicht, was der Dings ist Wartungsarbeiten, sorry, ich kam jetzt nicht auf ein Wort Wartungsarbeiten Ja, also das Ding ist halt, guck mal Und selbst selber, da war der Letztens jemand halt gegrieft Und das war richtig Ja, genau Ein richtiger doof Junge halt Ein richtiger doof Junge halt Wie bitte? Ein richtiger doof Junge Ja, so ein richtiger Dorf hat Ja, das finde ich nicht toll Ja, ich auch nicht, guck mal Und das Ding ist halt Ich denke mal, so die Wartungsarbeiten, die dauern jetzt halt Keine Ahnung Ich glaube so, morgen könntest du wieder drauf kommen Ich, morgen erst Ich wollte eigentlich heute einen Justin Bieber bauen Achso Und Na, wenn das so ist, dann machen wir den Server direkt gleich fertig hier Echt, das wäre super Ja, ich glaube auch schon, oder? Lach mal bitte nicht, okay? Hey, das ist ernst gemein Die Frage jetzt Ja, wir gucken, dass wir Also das Ich habe halt nicht die Kontrolle über die Wartungsarbeiten Da ist halt das Spiel kaputt gegangen Aber wir gucken halt gerade, dass wir ein Backup drauf spielen Und deswegen halt Also ich Also ich halte halt echt morgen Aber es kann halt auch sein, dass es jetzt auf die eine Minute fällig ist Es ist halt gerade bei 30% wieder Wieder aufgebaut Echt, also wollen wir jetzt eine Minute warten Und dann geht das wieder Ich weiß es halt nicht Es ist halt Oh Joel, du hast zu viel getrunken Es ist halt bei 30% Ja, ich habe nämlich voll viele Ideen zu bauen und so Also Joel, du bist ja schon Ja, also Hentai, Bumsbienen Also Justin Bieber und so Hier bei Cloud9 ist so voll der fette Typ Warte mal Mit einer Brille Das ist halt so eine richtige Bumsbiene Ja Würde ich auch gerne bauen Wusy wusy Aber ich kann ja nicht Komm hin So, einfach nochmal entschuldige, ne? Ähm War unser Freund, der wollte supporten Ich glaube, der ist ein bisschen eingetrunken heute vorm Strand oder so So früh schon Ja, kannst du Oh mein Gott, da Okay, ich geh jetzt kurz kacken Dann mach ich gleich auch Okay, ja, jetzt ist Team fertig Und ich geh jetzt hier auf Xevento Good luck, have fun mate Das werde ich haben You were moved Hallo, ist alles gut für dir? Hast gerade mir so gelacht so direkt Ja, ich hab was ausgemacht Ja, okay Oh ja, wir können dir helfen Äh, ja Es gab früher mal bei euch diesen Ähm Ähm Arcade-Spiel-Modus Das war richtig cool Da hab ich immer mit meinem Freund Kümmerling drauf gespielt Und irgendwie Das war voll cool Und ich würde mich freuen, wenn es das wieder geben würde Ich richte es mal weiter Ja, okay Äh, richte es mal aus Äh, wenn wir im Zimmer so waren, ne? Wir haben keine Äh, unsere Heizung Äh, die Klimaanlage ist kaputt Und ich hab so dick Arschwasser, alter Ah, aha Egal, ich krieg das mal Äh, ich lade es mal weiter, okay? Ja Okay Ich bin da noch Ah, fuck, alter Ich hab Parkticket und platter Reifen nicht Aber ich hab Die anderen drei Wenn euch diese Challenge gefallen hat Und ihr gerne mehr davon sehen wollt Dann äh, schreibt es in die Kommentare Äh, nochmal Ähm, vielen Dank sozusagen An die beiden Server-Teams Und natürlich an Tim Dass sie, ich sag mal Das ganze mitgemacht haben Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein und Ciao Tschüss